Musik 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 Weiß ich nicht Ja Das geht super los, Leute Gut, Piratenwut wollen wir wechseln Let's go, da können die sich absprechen Das ist glaube ich Das ist geil Ok Ok Das wird nice Das wird nice Die Krake gegen Ramp ist natürlich mutig Boah, das ist ja mutig Die werden keinen Spaß haben Wenn sie nicht mehr Wenn sie alle Wenn jeder Chief und 2 Units hat Sind das schon 4 Chiefs und 8 Units Dann hast du das Aber da müssen sie erstmal hinkommen Da müssen wir erstmal hinkommen Wenn ich Also ich versuche einen sehr sehr schnell rauszunehmen Und ich glaube dann haben wir eine gute Chance Das Problem ist, dass die wahrscheinlich auch weit voneinander entfernt sind Ja Das wird halt das Ding Ok, tryhardpens Das ist Das ist Das ist Das ist Ja Siehst du Mitte? Ja Aufgabe ich Ja Ja Glaub' ich Ich habe freies Eisen, ich scoute dir alles an Oh mega ñas Entschuldigung. Entschuldigung. Kann schon rüberkommen, oder? Ja, ich habe schon zwei, drei. Das scoute ich auch gerade noch. Die beiden sind auch angescoutet. Oh, this is nice. Theoretisch kannst du deinen Iron, ah, du wirst es eh brauchen. Uh, ja. Die freie Ruine habe ich natürlich jetzt nicht gesehen. Ich bin da noch dran. Genau. Das ist es so cool. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4. Trenz Was ist das? Okay. Thank you, thank you. Yeah, typically wife. That's just how it is sometimes. Okay, what I'm going to do, I'm going not to finish this, so I get more Kröns, because buildings cost you Kröns. So I will wait till I have 200, and then I will finish this up, and then I'll... here. I'm going to take it directly. What's going on? I'll probably know. Oh nice, we have three. Brief is ready. Get strangers. Nice. Nice, there's a second. Mm-hmm. Okay, I'll wait for you to get back to the wall. There are the walls, if you want to get back to the wall. Yeah, yeah, yeah. Okay, let's get back to the wall. Oh yeah. Majestis. Here's a red scout, I don't know who is red, but red is dead. Red is dead? Hot? Oh, it's hot? Oops! So, It's just beginner here it fairly close to me, potential. Yeah. Let's get this something. Easy. Sweet! So, you're the one... Here. Ich guck mich auf mein 200 Komma. Gebt ja auf jeden Fall das November Feast. Hab jetzt Spoils. Willst du die haben? Wenn du die für die 200 brauchst, dann kann ich sie dir auch geben, aber ansonsten hätte ich Zeit genommen. Ja, nimm ruhig. Aber wenn du sagst, dass du sie brauchst, dann probiere ich dir das. Ich guck mich auf die 200. Ich hab grad noch mal den Chance. Ich guck mich mal. Und dann, dass du sie jetzt Latin im Leben in der Zeit vertreint. Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Oh-oh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Oh-ho-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Ja, ich guck mich mal. Okay- Die sind glued. Boah, so viele Drauger, Alter. Alles voller Drauger. Weißt du noch, was da drin ist? Ich kann da hier hochgehen. Ne, weiß es nicht. Kann ich mal gleich nachgucken. Ich kann auch kurz nachschauen. Ich hab nen Scout, der rennt ja gleich durch. Okay, perfekt. Yes, get's. Fünf Völfe. Meet and friends by clearing. Nice. Fünf Völfe? Ja. Dann nehme ich mir die direkt. fuzzy. Ja. Wir gehen jetzt mal wieder durch. Danke fürs projet. Und da kann ich sogar Okay, die beiden sind zumindest verbunden. Die könnten sich theoretisch gegenseitig treffen. Was passiert? Zwei Wölfe. Äh, zwei Bären. Unter den Elfen. Okay. Loyal versucht dann die Elfen zu rushen. Vor dem Spieler. Da sind noch die Elfen. Okay, da sind Nummer vier. No more. 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 Ich mach die geiern zu viel im Fall weg, ne? Du machst alles weg, da habe ich keinen Zweifel dran. Mach alles weg, einfach alles. Alles muss sterben. Kann ich die Giants mit drei Achswerfern walken? Ja oder? Die sind ja nicht mehr langsam. Ah, die sind nicht mehr langsam. Oh Gott sei Dank, Gott sei Dank hast du das gesagt. Das wäre fast ein Fail gewesen. Voll nicht, was ich dann angegriffen habe. Ja. Ups. Komme ich irgendwie durch die Murkampf durch? Ja ne? Ja. 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 Das war's für heute. Auf jeden Fall sind hier die Scouts schon ausgewertet. Ich versuch direkt Braun zu töten. Ich meine, ich bin rot. 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 Ich dachte, das wird jetzt so ein All-Top-On-Main-Defense-Ding. Ich bin rot. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Einfach drei neue Kriege hoch. Schade, die haben sich nicht geheilt. Schon zu früh. Danke für das Abo, Sayas. Vielen, vielen Dank. Oh nee, danke für das Abo Lost. Und geil, dass jetzt Sayas ein Abo hat. Oh, beim nächsten Abo gibt es einen neuen Emote-Slot? Ja. Ja. Bald gibt es einen neuen Emote-Slot. Mega. So, GG. Mega. Oh, es tut mir leid. Aber ich habe mich mega, mega, mega angestrengt. Also, das war auch echt, echt gut noch gespielt. Es war mega knapp geworden. Aber es ist halt echt rough, wenn ich so früh bei dir drin bin, ne? Deswegen. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Ich freue mich trotzdem riesig. Du hast den Sack geklippt. Da bin ich gespannt. Jetzt bin ich endlich an den Bären dran, ne? Ja. Stimmt, du hast die Elfen nie gemacht. Ja. Echt jetzt? Oh ne, was? Oh ne, was? Hahaha. Und cheap? Was? Das ist so dumm. Auf einmal X kannst du, oder? Das ist fucking hilarious, Alter. Der Junge. Das ist nicht so nah, holy shit. Ich gehe. Das ist auch funny, Mann. Oh Mann, Alter. Oh, Verstärkung. Das wäre jetzt Bogenschützen Value. Ja. Oder Hunters wäre so. Auf jeden Fall. Geht weh, Alter. Oh Mann. Ich bin so gemein, dass ich einfach neue Spieler peinige, oder? Oh ne. Ich glaube, wenn sie... Also ich glaube, es ist... Ich denke, ich denke auch. ...theorie definable. Aber dann nehmen wir nächstes Mal einen fünften. Ich denke auch. Oh. Wollen wir wieder runter? Jo. Hi. GG. Ah, es ist natürlich anlacky, dass du als erstes gescoutet wurdest, ne? Das Pferd meinte dir, ne? Ja. Da war ich ja so schnell, da musste ich ja so schnell sein. Was für ne Warband hattest du eigentlich? Wie viele? Neun. Neun? Ja, sicher. Weißt du, ich dachte so, ja, wenn ich meine beiden Viecher hab, mein Chief und zwei Bogenschützen zu Anfang reicht das erstmal und er kommt da schon mit neun Leuten. Das reicht nicht, das reicht nicht. Junge. Und dann wollte ich ihm ja noch helfen, dann sagt er, ich hab nix, mein Chief ist grad gestorben, und ich denk so, scheiße. Ja. Dann hab ich ja auch im Chat geschrieben, aber jemand muss jetzt zu mir kommen, sonst lose ich das auch, also. Aber der Conan, der hatte glaub ich zu viel dazwischen, der konnte nicht einfach so kommen. Ja, das hat mir, also ich bin innerlich, ich wollte so gerne fluchen und schreien, aber dann hat mich die Umgebung des Streams doch zurückgehalten, hier irgendwelche Generationen zu verfluchen. Die dumme Forze ist einfach von diesem Fleck nicht weggekommen, die hat einfach gemeint, sie müsste an einem Baum kuscheln und dann sich einfach abschlachten lassen. Und dann siehst du so, wie der Todes neben sich über mein Gebiet zieht und dann siehst du im Text die Nachricht, LOL, und dann hat Conan das die ganze Zeit mitbekommen. Bis zum nächsten Mal.